Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. In diesem Video seht ihr mein Review zum Google Nexus 7, einem Tablet direkt von Google, welches preislich in der Einsteigerklasse leistungstechnisch aber eindeutig in der Oberklasse anzusiedeln ist. Momentan ist es nur im Vereinigten Königreich, in Australien, in Kanada sowie natürlich in den USA erhältlich. In Deutschland wird es vermutlich ab September zu einem Preis von ca. 200 bis 250 Euro erhältlich sein. Das Tablet kommt in dieser optisch meiner Meinung nach sehr ansprechend gestalteten Verpackung. Vor allem die Vorderseite gefällt mir sehr sehr gut. Hier sieht man eine Abbildung des Rahmens vom Google Nexus 7 und diese Abbildung formt die Zahl 7 und repräsentiert somit den Namen des Gerätes. Im Lieferumfang finden wir neben einer Garantiekarte und einer Kurzanleitung natürlich den Netzstecker. Der ist hier so dreipolig. Liegt einfach daran, dass ich das Gerät aus England importiert habe. In Deutschland wird er dann einen normalen deutschen Anschluss haben. Außerdem natürlich das Micro-USB-Kabel. Das ist ja mittlerweile im Android-Bereich typisch. Das kann natürlich dazu verwendet werden, um das Gerät mit dem PC zu synchronisieren oder zusammen mit dem Netzstecker einfach aufzuladen. Auf Kopfhörer hat Asus bzw. Google leider verzichtet. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Star der Show, dem Google Nexus 7. Wir beginnen wie immer mit den Abmessungen und da hätten wir 198,5 mm in der Länge, 120 mm in der Breite sowie 10,45 mm in der Dicke. Das Gerät wiegt handliche 340 Gramm. Der Akku hat übrigens eine Kapazität von 4.325 mAh und ist wie bei fast allen aktuellen Tablets fest verbaut. Auf der Vorderseite dominiert natürlich, wie sollte es anders sein, das 7 Zoll große IPS-Display, welches mit 1280 x 800 Pixeln auflöst. Das ergibt eine Pixeldichte von 216 Pixel per Inch. Damit kommt es nicht ganz an das iPad 3 ran, ist aber trotzdem gestochen scharf und bietet dank der IPS-Technologie sehr realistische Farben und eine hervorragende Blickwinkelstabilität. Außerdem finden wir hier auf der Vorderseite eine Frontfacing-Camera, die löst mit 1,3 Megapixeln auf. Tasten suchen wir vergeblich. Wir haben hier auch keine touchsensitiven Tasten, sondern Onscreen-Tasten, die werde ich euch aber später zeigen. Auf dieser Seite finden wir lediglich 4 Pogo-Pins. Diese werden dazu verwendet, um das Gerät an ein Dock anzuschließen. Dieses Dock wird in den nächsten Wochen offiziell von Asus erscheinen. Außerdem finden wir hier ein Mikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung. Auf der Unterseite finden wir den Micro-USB-Anschluss sowie den 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf dieser Seite finden wir die Laut-Leiser-Wippe, welche sehr gut verarbeitet ist und einen sehr guten Druckpunkt bietet. Hier der Power-Button. Auf der Oberseite finden wir dann lediglich ein weiteres Mikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung. Das Gerät wird übrigens von einem solchen Metallrahmen umfasst. Der fühlt sich echt hochwertig an und ist bei mir auch gut verarbeitet. Kommen wir also zur Rückseite. Da seht ihr wie schon im Intro das obligatorische Nexus-Logo, darunter das Asus-Logo. Dieses Gerät wird zwar von Google vermarktet, wird aber von Asus gefertigt. Das ist die bekannte Strategie, die wir schon von den Nexus-Smartphones kennen. Hier unten der Lautsprecher und die Rückseite ist gummiert, hat aber auch so ein gepunktetes Muster, wie ihr hier sehen könnt. Das fühlt sich absolut nicht billig an und führt dazu, dass das Gerät echt gut in der Hand liegt. Der Speicher lässt sich leider nicht erweitern. Wir suchen vergebens nach einem Micro-SD-Slot. Das finde ich sehr, sehr schade. Allgemein gefällt mir das Design des Tablets aber richtig gut. Meins ist auch super verarbeitet, liegt gut in der Hand und fühlt sich wie schon erwähnt absolut nicht billig an. In vielen englischsprachigen Foren gibt es aber Berichte von sich lösenden Displays und dem Tegra 3 typischen Displayflackern. Das kann ich Gott sei Dank nicht nachvollziehen. Zu kritisieren wäre meines Erachtens lediglich der vergleichsweise dicke Rahmen. Das hat Samsung bei seinen Tablets einfach besser gelöst. Nun wollen wir das Gerät mal einschalten. Dafür betätigen wir den eben schon erwähnten Power-Button für circa drei Sekunden. Und während das Gerät hochfährt, erzähle ich euch wie immer die restlichen Daten. Als Plattform haben wir hier erstmals von Werk aus bei einem Tablet Android 4.1 Jelly Bean und zwar Vanilla Android, sprich ohne eine herstellereigene Benutzeroberfläche. Außerdem haben wir eine Quad-Core CPU, nämlich den Nvidia Tegra 3 mit 1,3 GHz je Kern. Dieser wird von 1 GB RAM unterstützt. Wir haben natürlich NFC, WLAN und GPS. Leider aber kein 3G-Modul. Auf dieses wurde wohl aus Kostengründen verzichtet. Jetzt sehen wir auch gleich schon den Lock-Screen. Der ist sehr, sehr einfach gehalten. Wir sehen die aktuelle Uhrzeit sowie das aktuelle Datum. Können die Notification-Bar aufrufen und unser Gerät natürlich entsperren. Entweder nach rechts, nach links und nach unten, direkt zum Home-Screen oder nach oben zu Google Now. Diesem neuen Service dazu später mehr. Die Möglichkeit, den Home-Screen mit Shortcuts zu konfigurieren, wie zum Beispiel beim Galaxy S3 oder beim HTC One X gibt es nicht. Das kann aber mit diversen anderen Apps gelöst werden. Wenn wir unser Gerät also entsperren, gelangen wir zum Home-Screen. Da bewegen wir uns durch eine solche Wisch-Geste und ihr seht schon, das läuft echt absolut flüssig. Obwohl ich hier fast auf jedem Home-Screen mehrere Widgets habe, ruckelt da überhaupt nichts. Also das war ja auch eine der Hauptziele von Jelly Bean, dieses Project Butter, sprich man wollte ein System, das butterweich läuft, schaffen. Und das ist meines Erachtens auch echt gut gelungen. Also das hat mich am Anfang echt von den Socken gehauen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, personalisieren können wir unser Gerät natürlich auch. Wir können Ordner schaffen, indem wir zwei Apps aufeinander ziehen. Diese Ordner können wir dann natürlich beliebig benennen. Ja, außerdem können wir natürlich den Hintergrund wechseln, indem wir uns einen beliebigen Punkt suchen, den festhalten. Da zum Beispiel auf Live-Hintergründe klicken und einen Live-Hintergrund auswählen und diesen dann festlegen. Ihr seht, das geht absolut flüssig und selbst bei solchen Live-Hintergründen, die ja nochmal anspruchsvoller sind, ruckelt da überhaupt nichts und alles läuft absolut flüssig. Ich gehe jetzt nur wieder zum standardmäßigen Wallpaper zurück, da das einfach hier für die Kamera einen besseren Kontrast bietet. Wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, wurde ja auch die Notification-Bar überarbeitet. Also bei Tablets konnte man die ja immer unten in der Taskbar, nenne ich sie, mal aufrufen. Hier kann man sie jetzt wie bei den Smartphones einfach runterziehen. Wir sehen hier die aktuelle Temperaturanzeige, also die wird durch Google Now angezeigt. Außerdem die Uhrzeit, das heutige Datum, einen Shortcut zu den Einstellungen und hier die Möglichkeit, die Display-Rotation auszuschalten bzw. anzuschalten. Unten der Name unseres WLAN-Netzwerks. Sieht jetzt alles ganz nett aus. Ich finde es etwas schade, dass Google mit Jelly Bean eine eigene UI, also Benutzeroberfläche für 7 Zoll Tablets eingeführt hat. Einfach aus dem Grund, da mir die Tablet-Oberfläche von Ice Cream Sandwich zum Beispiel für 10 Zoll Tablets sehr, sehr gut gefallen hat und man konnte da das Tablet auch im Homescreen problemlos im Landscape-Mode nutzen. Das geht hier jetzt nicht, wie ihr sehen könnt. Ich kann es nur im Portrait-Mode nutzen. Natürlich kann ich im Browser zum Beispiel oder in der Galerie, wie ihr gleich sehen werdet, problemlos den Landscape-Mode nutzen. Im Homescreen aber nicht, finde ich etwas schade. Aber das Tablet ist ja recht handlich und kann so ganz gut gehalten werden und durch diverse Mods kann dem Ganzen auch Abhilfe geschaffen werden. Hier seht ihr auch die eben schon erwähnten On-Screen-Tasten. Links für zurück, in der Mitte für Home und ganz rechts dann für den Task-Manager zum Task-Manager später mehr. Jetzt rufen wir mal den Drawer auf. Das machen wir durch einen Klick auf diese sechs Punkte hier. Und auch hier bewegen wir uns wie schon bei Ice Cream Sandwich durch eine Wischgeste. Wie gesagt, absolut flüssig. Meines Erachtens flüssiger als auf allen anderen Android-Tablets, die ich bisher hatte. Auch diesen netten Transition-Effekt, der sich durch das ganze System zieht, finden wir hier. Und wenn wir zum Beispiel ein Widget platzieren wollen, suchen wir uns einfach eins aus. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier die Fotogalerie, halte dieses fest, such mir einen freien Homescreen und lasse es los. Dann kann ich ein Album auswählen. Wir wählen zum Beispiel Testbilder und dann werden die mir hier angezeigt. Ich kann problemlos durchscrollen, absolut flüssig. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich es einfach hier hoch auf Entfernen ziehen und dann ist es auch schon weg. Jetzt will ich euch mal ein paar der standardmäßig installierten Apps zeigen. Dafür gehen wir wieder zur ersten Seite und wir beginnen mit dem Browser. Dieser ist zum ersten Mal von Werk aus Chrome und den öffnen wir jetzt einfach mal. Ihr seht schon, er lädt jetzt eine Website. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt laden wir aber mal eine andere, nämlich spiegel.de. Ist eine sehr aufwendige Website und ihr werdet jetzt sehen, dass der Browser wirklich sehr, sehr schnell lädt. Er ist gleich schon fertig. Jetzt ist er fertig. Alles läuft hier butterweich. Ich habe übrigens auch einen ausführlicheren Browser-Test gemacht. Den seht ihr jetzt hier oben links eingeblendet. Da könnt ihr mal sehen, wie der Browser im Vergleich zum iPad 3 sich so schlägt. Wie gesagt, beim Scrollen absolut flüssig. Auch bei Pinch-to-Zoom absolut flüssig. Es dauert teilweise etwas, bis es nachlädt. Aber das ist schon Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Das zieht sich durch meine Videos, dieses Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber, also durch meine Nexus 7 Videos. Aber das passt bei diesem Gerät einfach. Wenn man schon was kritisiert, ist es wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau. Ja, auch hier macht sich das scharfe Display recht gut bemerkbar. Obwohl wir nur 7 Zoll haben, können wir schon relativ viel erkennen und müssen selbst im Portrait-Mode nur sehr wenig zoomen. Und dann im Landscape-Mode müssen wir überhaupt nicht mehr zoomen und können alles problemlos lesen. Teilweise ruckelt das Tablet bei noch aufwendigeren Seiten leicht. Aber ich denke, das ist bei diesem Preis zu verschmerzen. Und da arbeitet Google sicherlich schon dran. Und das wird von Google meines Erachtens sicherlich bald behoben werden. Wir gehen wieder zurück und schauen uns jetzt mal die Einstellungen etwas genauer an. Da kann man schon am Icon erkennen, dass die sich im Vergleich zu Ice Cream Sandwich nicht großartig verändert haben. Absolut flüssig, wenn man hier durchscrollt. Wir können Dinge wie WLAN aktivieren oder deaktivieren, unseren Datenverbrauch einsehen, auch wenn das meines Erachtens bei einem WiFi-Only-Tablet wenig Sinn macht. Unter mehr können wir eine VPN-Verbindung einrichten oder NFC aktivieren bzw. deaktivieren. Vielleicht zeige ich euch noch die Option über das Tablet. Hier seht ihr nämlich, dass das Gerät schon mit Android 4.1.1 kommt. Hier unter Android-Version kann man das erkennen. Ich habe das Tablet vor 5 Tagen bekommen und sofort wurde mir ein Update auf 4.1.1 angeboten. Das ist ja das Schöne an diesen Nexus-Geräten. Die Software kommt direkt von Google und man hat immer als erstes die neuesten Android-Versionen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ja, wir gehen wieder zurück und als nächstes wollen wir uns mal die Galerie anschauen. Die öffne ich jetzt mal. Die kann man wie gesagt im Portrait und im Landscape-Mode öffnen und wir schauen uns jetzt mal ein paar Testbilder an. Ich mache die mal auf und zoome etwas heran. Und da finde ich, kann das Display dann seine ganze Brillanz entfalten. Wir sehen, die Farben sind sehr, sehr realistisch. Die Darstellung ist echt gestochen scharf. Das gefällt mir absolut gut. Auch wenn wir hier so durch die Galerie durchscrollen, sehen wir diesen netten Transition-Effekt, wie schon im Drawer. Das hat man beibehalten. Gefällt mir ganz gut. Und wenn wir hier eine Pinch-to-Zoom-Geste nach außen machen, sehen wir, dass die Galerie zu einer solchen Schnellansicht wechselt. Wir können dann ganz schnell durch unsere Galerie durchscrollen. Auch das funktioniert absolut flüssig. In diesem Fall blenden sich diese On-Screen-Tasten aus, wie ihr hier sehen könnt. Man sieht nur ganz leicht drei Punkte. Ich denke, jetzt kann man es ganz gut erkennen. Und wenn man draufklickt, sind sie sofort wieder vorhanden. Jetzt spiele ich euch noch schnell mal ein Movie, also einen Film ab. Das ist ein Trailer in 720p. Und ihr werdet sehen, dass das Gerät den absolut ruckelfrei wiedergibt. Ein Sturm zieht auf. Sie scheiden sich darauf zu freuen. Ich bin anpassungsfähig. Was tut mir? Ich werde sie nicht begraben. Ich habe genug Mitglieder der Way-Familie begraben. Ihr habt es gesehen. Keinerlei Ruckler. Auch nicht beim Vorspulen zum Beispiel. Das war übrigens der Trailer zu The Dark Knight Rises. Ich war persönlich etwas enttäuscht von dem Film. Er war aber natürlich trotzdem vergleichsweise sehr gut. Ich habe mir nur mehr davon erhofft. Aber wir haben gesehen, absolut flüssig hier in der Galerie. Das macht absolut Spaß. Ich zoome wieder etwas heraus, dass man noch mehr erkennen kann. Und ja, als nächstes wollte ich euch den Kalender zeigen. Da hat sich aber im Vergleich zu Ice Cream Sandwich nicht viel geändert. Und deshalb halte ich das für sinnlos. Schauen wir uns lieber mal den Music Player an. Der wurde zwar optisch auch nicht wirklich überarbeitet. Wenn wir aber hier mal auf neueste Werke gehen und dann in den Landscape Mode gehen, sehen wir wie schon von Ice Cream Sandwich oder Honeycup diese nette 3D Animation. Die lädt hier aber jetzt deutlich schneller meines Erachtens und ist auch nochmal einen Ticken flüssiger. Gefällt mir absolut gut. Ob das jetzt unbedingt allzu praktisch ist, ich möchte es nicht beurteilen. Aber es ist definitiv eine nette Spielerei und gefällt sehr, sehr gut. Wir gehen wieder in den Portrait Mode und sehen dann, dass wir durch eine solche Swipe Geste zwischen neuesten Werken, Interpreten, Alben, Titeln oder Genres wechseln können. Jetzt gehen wir mal auf Interpreten. Auch hier funktioniert alles butterweich. Wir suchen uns mal einen Interpreten aus, sehen hier all seine Werke, suchen uns mal irgendein Album aus und ich spiele jetzt einfach mal einen Song. Nein, ich werde ihn später abspielen. Ich zeige euch davor noch schnell das eigentliche Layout. Hier sehen wir den Songtitel, den Interpreten sowie eine große Ansicht vom Cover. Aber da gefällt mir nicht so gut, dass die Cover vom Nexus 7 gerendert werden und dann teilweise, wie ihr hier schon sehen könnt, leicht unscharf wirken. Das liegt jetzt auch nicht am Cover, denn das Cover hatte eine hohe Auflösung, hat diese aber durch das Übertragen aufs Gerät leider verloren, da das Nexus 7 die Cover wie gesagt erendert. Auch im Landscape-Mode sieht das dann nicht großartig anders aus. Das Layout kennt man ja, zurückskippen, vorskippen, play und hier dann eben die Möglichkeit Songs zu bewerten oder vor- und zurückzuspulen. Wir gehen jetzt wieder in den Portrait-Mode und ich spiele jetzt einfach mal diesen Song ab, schalte davor die Lautsprecher, wie gesagt, auf volle Lautstärke, damit ihr euch einfach mal einen Eindruck von den Lautsprechern machen könnt. und ich spiele jetzt einfach mal einen Eindruck von den Lautsprecher. Nette Widget im Lockscreen, um vorzuspulen oder auf Pause zu klicken, gefällt auch recht gut. Ich denke, man hat einen ersten Eindruck von den Lautsprechern bekommen. Sie sind nicht die Lautesten, haben aber einen sehr klaren Ton und haben mich wirklich einigermaßen überzeugt. Gefallen mir ganz gut. Na, ja, jetzt habt ihr gesehen. Wie gesagt, Jelly Bean ist noch in seiner Anfangsphase. Das war jetzt schon ein leichtes System oder kurz vor einem System-Crash. Ist mir bisher noch nicht passiert, aber im Video passiert das natürlich. Das war ja klar. Wie gesagt, jetzt schauen wir uns noch mal schnell den Rechner an. Den will ich euch auch noch zeigen. Der wurde eigentlich nicht überarbeitet, ist immer noch aber sehr, sehr ausführlich. Und gerade bei so einem 7-Zoll-Tablet, das man auch problemlos mal mitnehmen kann, finde ich das ganz gut. Vielleicht zeige ich euch jetzt auch noch mal den Play Store. Der wurde zwar auch nicht überarbeitet, funktioniert meines Erachtens jetzt aber noch mal einen Tick flüssiger. Gefällt absolut gut. Gut, auch hier gehen wir zurück und jetzt schauen wir uns mal die YouTube-App zu guter Letzt noch etwas genauer an. Die mache ich auf. Die wurde nämlich optisch endlich mal etwas überarbeitet. Ich habe hier gleich mal eine Übersicht über alles, was meine abonnierten Kanäle bewertet haben oder hochgeladen haben. Durch eine solche Swipe-Geste habe ich hier eine Übersicht zwischen meinem eigenen Konto oder zum Beispiel all meinen abonnierten Kanälen und kann die schnell auswählen. Soviel zu der Stock-Software, soviel zu allem, was standardmäßig auf dem Gerät drauf ist. Jetzt zeige ich euch noch mal den Task-Manager. Wie gesagt, durch einen Klick auf diesen On-Screen-Button, der hat sich im Vergleich zu Ice-Cream-Sandwich auch nicht großartig verändert. Wir haben nach wie vor einen Screenshot von allen offenen Applikationen und können problemlos zu diesen Applikationen wechseln, indem wir einfach draufklicken. Ich gehe wieder zum Home-Screen und können sie durch eine solche Swipe-Geste auch absolut problemlos schließen. Auch das ist absolut flüssig, zieht sich durch das ganze System durch und ja, der gefällt mir nach wie vor gut. Finde ich gut, dass Google das nicht überarbeitet hat. Zu guter Letzt möchte ich euch jetzt noch mal Google Now zeigen. Diesen Service ruft man entweder über den Lock-Screen auf, wie ihr schon gesehen habt, oder durch einen Klick auf den Home-Button und dann einfach so hochziehen und schon startet Google Now. Das ist ein Service, der auch neu mit Jelly Bean eingeführt wurde. Ich zeige euch das mal schnell. Wie viel Uhr ist es? Dann sucht er quasi und zeigt mir über Google Suchergebnisse für diese Frage. Wie ist das Wetter in München? Auch hier. Auf Deutsch funktioniert das meines Erachtens noch nicht so, wie es sollte. Das liegt einfach daran, dass das Gerät in Deutschland noch nicht erhältlich ist. Sprich, ich habe kein Feedback, kein Sprachfeedback. Auf Englisch hätte ich das, aber das habe ich nämlich schon getestet. Bisher sehe ich hier nur eine Übersicht über das momentane Wetter in meinem momentanen Ort. Wenn ich aber jetzt mal auf Mehrkarten anzeigen klicke und dann hier auf Beispielkarten, sehe ich die Möglichkeiten dieser App. Man kann sich, wie gesagt, das Wetter anzeigen lassen, den Verkehr, öffentliche Verkehrsmittelflüge, Sportergebnisse, meinen nächsten Termin, sogar übersetzen kann diese Applikation. Ja, wie gesagt, das könnte sie, könnte trifft es besser. Der Konjunktiv trifft hier noch zu, denn auf Deutsch funktioniert das alles noch nicht. In Amerika funktioniert das aber schon sehr, sehr gut. Und ich denke, dass sich das aber spätestens zum Release in Deutschland dann im September ändern sollte und Google Now dann auch auf Deutsch sehr gut funktionieren sollte. Persönlich finde ich, dass diese Applikation ein großes Potenzial hat, ähnlich wie Siri. Also auf Englisch hat man es gesehen, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und ja, ich finde es zum Beispiel praktischer, wenn mir ein solcher Sprachassistent Dinge wie die Sportergebnisse zum Beispiel zeigt oder sofort etwas übersetzt. Das kann Siri zwar mittlerweile auch schon, aber finde ich gut, dass Google das gleich implementiert hat und ich bin echt gespannt, wie das dann auf Deutsch aussehen wird. Kommen wir nun wie immer zu meinem persönlichen Fazit. Positiv hervorzuheben ist die Gesamtperformance dieses Tablets. Durch Jelly Bean hat es einen enormen Performance-Schub erhalten und auch Project Butter wurde erfolgreich umgesetzt. Es läuft alles absolut flüssig und macht total Spaß. Das ist das flüssigste Android-Tablet, welches man momentan auf dem Markt finden kann. Auch das hervorragende und realistische und super scharfe IPS-Display hat mir absolut gut gefallen. Auch das Design und die Handlichkeit haben mich überzeugt, ist aber wie gesagt subjektiv. Manchem mag das Design vielleicht nicht gefallen. Nicht subjektiv ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies ist nämlich hervorragend. Für 200 bis 250 Euro, sprich je nach Speichervariante, bekommt man ein Tablet, das ist locker mit allen aktuellen High-End Android-Tablets, die teilweise deutlich mehr Kosten aufnehmen kann. Das einzige, was negativ auffällt, ist die Tatsache, dass hier kein 3G-Modul integriert ist, wie gesagt aus Kostengründen. Ich finde aber gerade bei einem solchen portablen 7-Zoll-Tablet hätte sich ein 3G-Modul sehr, sehr gut gemacht. Auch die Tatsache, dass der Speicher nicht erweiterbar ist, gefällt mir nicht so gut, denn ich habe hier jetzt die 16 GB Variante, sprich das Maximale und der Speicher ist schon fast voll. Ich persönlich hätte wie gesagt einen erweiterbaren Speicher super gefunden oder einfach die Möglichkeit auch ein Gerät mit 64 GB Speicher zu kaufen. Abschließend kann ich nur sagen, dass mich dieses Tablet absolut überzeugt hat und ich nur jedem, der auf der Suche nach einem guten und günstigen Android-Tablet ist, raten kann, bis September zu warten oder dieses Gerät zu importieren. Leute, das war auch schon mein Review zum Google Nexus 7. Ich hoffe wie immer das Video hat euch gefallen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.